Mein Name ist Serjen Lukaschinovic, ich bin Akkordeonist in vierter Generation. Ich spiele hier auf dem leichtesten Profi-Akkordeon der Welt, den Karboneon, das ich mit meiner Schweizer Akkordeonfirma produziere. Es ist das erste Akkordeon der Welt mit kompletten Gehäuse und Innenteilen aus Karboneon. Dieses vierkörige Casotto-Instrument mit 118 Bäschen wiegt nur 8 Kilogramm. Es ist 4 bis 5 Kilo leichter als ein normales Akkordeon in dieser Klasse. Viel kompakter, super stabil und klingt fantastisch. Wunderbare Farmes Casotto Und voller Tonumfang. Perfekte Mechanik Man muss trotzdem ein bisschen üben. Voller Sound für Tango Musik Konfigurieren Sie online. Tasten oder Knöpfe, Stufengriff wie hier oder Flachgriff, Tonumfang, drei, vier oder fünf Chöre, Registerbelegung nach Wunsch, Stimmung, mehr oder weniger Tremolo und nicht zuletzt die Farbe. Wählen Sie jeden erdenklichen Farbton. Aber wenn Sie das Gehäuse färben lassen, dann sieht man diese natürliche Masterung des Karbons nicht mehr. Die höchste Stimmzungenqualität und die besten Komponenten sind bei mir selbstverständlich. Personalisieren Sie Ihr Carbonion bis ins letzte Detail auf unserer Website. und die besten Komponenten sind bei mir selbstverständlich. Und die besten Komponenten sind bei mir selbstverständlich. und die besten Komponenten sind bei mir selbstverständlich. Unit. eksy Haltaison supp, einen Punk je ist mit Musik 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 Musik